Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cannstatt Study Hour. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam ein Thema studieren können. Und wir befinden uns ja im dritten Quartal und heute ist das zehnte Thema an der Reihe. Es steht unter der Überschrift eine spannende Möglichkeit, sich zu engagieren. Und ich denke, wenn es schon in der Überschrift von etwas Spannendem heißt, dann wird es sicherlich eine ganz, ganz interessante Sache sein, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Und ich wünsche mir aber, dass wir in dieser ganzen Überlegung nicht menschliche Gedanken uns einfach nur überlegen, sondern dass wir göttliche Weisheit haben, wie wir das Ganze anwenden. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir zu Beginn dieses Studiums auch Gott bitten und ihn einladen, mit uns zu sein. Unser Vater im Himmel, danke Herr, dass wir uns heute Gedanken machen können über ein wichtiges, über ein spannendes Thema. Vater im Himmel, wir brauchen dich, um dein Wort zu verstehen. Wir brauchen dich, um zu wissen, was die richtigen Prioritäten sind. Wir brauchen dich, um nicht nach menschlichen Maßstäben etwas bewerten zu können, sondern wir wollen deine Weisheit haben. Deswegen laden wir dich ein, Herr. Sei uns nah und erfüll uns mit deinem Geist, dass wir von dir das Wissen und die Weisheit empfangen können, die wir jetzt in dieser spannenden Zeit brauchen. Segne uns im Namen Jesu. Amen. Wir wollen uns heute über das Thema Kleingruppen Gedanken machen. Und ich denke, das ist eine interessante Thematik und ich denke, es ist erstmal wichtig, ein kleines bisschen darüber zu sprechen, was wir überhaupt unter diesem Thema verstehen. Denn, und da bin ich ganz offen, ich habe gelegentlich über das Thema Kleingruppen etwas gehört, aber als ich das erste Mal damit konfrontiert war, als jemand darüber referiert hat, habe ich nicht wirklich verstanden, worum es dabei eigentlich ging. Es war mir persönlich ein bisschen zu abstrakt. Man hat über Kleingruppen gesprochen und wie wichtig das ist, aber nicht wirklich, worüber es bei einer Kleingruppe eigentlich geht. Und ich denke, das ist erstmal wichtig, dass wir uns da darüber im Klaren sind. Worum geht es überhaupt bei Kleingruppen? Kleingruppen heißt ja einfach erstmal, es gibt eine Gruppe, die nicht besonders groß ist, aber was macht sie? Denn man geht ja nicht hin und sagt, okay, komm, lass uns eine Kleingruppe gründen und dann überlegen wir uns im Anschluss, was macht diese Gruppe eigentlich? Aber das habe ich manchmal so das Gefühl, dass wir dieses Konzept von Kleingruppen sehr hoch halten, aber dann nicht ganz wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Aber Kleingruppen sind ja alle möglichen Zusammenkünfte, sage ich mal, von Gläubigen. Das sind zum Beispiel die Hauskreise, es sind Gebetskreise, es sind Bibelstudienkreise, es sind Familien, die sich treffen, es sind Gruppen in der Gemeinde, Frauengruppen, Männergruppen, was es auch immer ist oder Missionsteams. All das sind ja Kleingruppen und deswegen immer, wenn wir jetzt auf der Metaebene darüber sprechen und sagen, Kleingruppen, dann lass uns immer im Hinterkopf haben, was das in den einzelnen Formen dann alles sein kann. Und ich denke, wenn wir das ganze Thema studieren, dann stoßen wir auf Aussagen in der Bibel und Aussagen in den Schriften von Ellen White, die ganz klar davon sprechen, dass Kleingruppen nicht nur irgendein Konzept sind, sondern dass es Gottes Plan ist. Denn wir haben zum Beispiel in dem Betrachtungsheft ein Zitat aus Zeugnisse für die Gemeinde, Band 7, und dort heißt es zum Beispiel in dem ersten Satz, die Bildung kleiner Gruppen als Grundlage der christlichen Bemühungen wurde mir von dem gezeigt, der nicht irren kann. Also Gott kann nicht irren und wenn er das uns als Konzept weitergibt, dann ist es doch wichtig, dass wir solche Gruppen haben, oder? Oder wenn wir dann uns andere Dinge anschauen, ich habe exemplarisch einfach mal einen Bibeltext rausgesucht. Matthäus Kapitel 18 Vers 20 sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also auch hier wird eine kleine Gruppe angesprochen, wo Jesus sagt, wenn sie in meinem Namen sich versammeln, dann ist er gegenwärtig. Und das ist natürlich dann noch eine viel größere Sache, als dass sich nur Menschen treffen, sondern Gott ist in ihrer Mitte. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt dabei. Und auch an anderen Stellen hören wir das immer wieder, wo zwei einig werden, worum sie auch bitten, es soll ihnen zuteil werden. Sprich, Gott hat uns Menschen nicht alleine auf diese Welt gestellt, Gott hat auch nicht einzelne Gläubige auf diese Welt gestellt, sondern er hat eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinde muss sich ja irgendwie organisieren. Und deswegen ist es wichtig, zu verstehen, wie organisiert man das und wo kann man sich orientieren und was hilft, die Mission, die wir ja haben, zu unterstützen. Denn der Merktext für diese Woche, und den wollen wir auch die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, er befindet sich in Matthäus Kapitel 9. Und dort heißt es in den Versen 37 und 38, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Vers 38, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich denke, der Auftrag ist klar, es gibt viel zu tun für Jesus, welch ein großes Arbeitsfeld. Und Jesus sagt, die Felder sind schon weiß zur Ernte, aber es sind wenige, die da sind, die Arbeit, die zu tun gilt, zu tun. Wir sind aufgerufen, uns zu engagieren. Und jetzt müssen wir schauen, wie kann man das am besten tun? Und wenn Gott sagt, dass es kleine Gruppen sind, die einen Unterschied machen können, wenn es kleine Gruppen sind, die in seinem Plan sind, dass sie etwas umsetzen, dann ist es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit dieser Thematik und dass wir schauen, was Gottes Wille für uns ist in diesen Punkten. Aber, und das möchte ich nicht verschweigen, sondern wir werden uns jetzt ein kleines bisschen erstmal einen bestimmten Aspekt von kleinen Gruppen anschauen. Und zwar sehe ich persönlich nämlich ein kleines bisschen eine Gefahr da drin, wenn wir uns mit der Thematik beschäftigen. Und ich möchte mit euch ein bisschen durchsprechen, was ich als Gefahr in dieser Sache sehe. Denn, was ich oftmals beobachte, das ist meine persönliche Einschätzung, dann sehe ich, dass wir die Thematik oftmals sehr, sehr menschlich anschauen. Ja, wir betrachten das aus unserer menschlichen Vorstellung, so wie wir denken, dass etwas sein könnte, sollte, so wie wir Gottes Willen in dieser Richtung verstehen. Aber dann kommt es dazu, dass wir, ja, möglicherweise Folgendes machen. Wir haben ein bestimmtes Konzept, dass zum Beispiel, wir sind motiviert, weil wir gelesen haben, Gott empfiehlt Kleingruppen. Dann gehen wir hin und sagen, oh, wo zum Beispiel in der Bibel finden wir etwas über Kleingruppen? Und dann versuchen wir, all die Aspekte über Kleingruppen in der Bibel rauszufinden. Und dann gehen wir rein und lesen und blättern und schauen. Und dann kommen wir auf viele, viele Beispiele, wo wir sagen, ah, das hier beschreibt eine Kleingruppe. Dann lass uns die Prinzipien daraus lesen und es irgendwie nachahmen, weil Gott trägt uns ja auf, dass wir Kleingruppen gründen sollen. Und auch in der Lektion sind verschiedene Aspekte angesprochen, die halt unter dem Blickwinkel, sage ich mal, unter dem Blickwinkel der Kleingruppe betrachtet werden. Beispielsweise gibt es in der, ja, an einem Tag ist es angesprochen, dass zum Beispiel der menschliche Körper in Kleingruppen organisiert ist. Das heißt, dass irgendwie Organe untereinander zusammenarbeiten und dass das halt die Effektivität ist und so. Sprich, wir schauen auf den menschlichen Körper und sind gewissermaßen auf der Suche nach Kleingruppen und sehen, aha, da funktioniert irgendwas zusammen. Das ist wie eine Kleingruppe. Siehst du, das Prinzip findet sich überall. Und ich glaube halt, dass das eine sehr, sehr, sehr menschliche, nicht unbedingt schlimme, schlechte, böse, aber eine sehr, sehr menschliche Herangehensweise an diese Thematik ist. Denn in gleichem Zuge könnte man halt auch sagen, naja, gut, es mag vielleicht Organe geben, die irgendwie gemeinsam zusammenwirken, aber wie sind wir denn auch aufgebaut? Und alles in unserem Körper ist unter das zentrale Nervensystem gestellt. Es gibt nichts in unserem Körper, was nicht durch das zentrale Nervensystem gesteuert wird, was sich in unserer Hirnrinde zusammenfassen lässt. Und unser Geist ist es, der die ganzen Knöpfe drückt und unseren ganzen Körper in Bewegung setzt. Sprich, es geht im letzten Endes unter dieser Art von Betrachtung von einem zentralen Punkt aus. Und es geht nicht darum, dass irgendwie kleine, unabhängige Grüppchen wären, die miteinander ein Werk tun. Und deswegen denke ich, wir sind manchmal ein kleines bisschen mit Scheuklappen versehen und wir fokussieren uns nur auf einen einzelnen Aspekt, aber verlieren das große Ganze vielleicht aus dem Bild. Und ja, in der Bibel gibt es viele, viele Beispiele von kleinen Gruppen. Aber sind es halt Kleingruppen, so wie wir sie heutzutage verstehen? Oder sind sie halt einfach in dieser Form gegenwärtig als Beispiele, wie christlicher Glaube ausgelebt werden kann? Oder wir sehen ja beispielsweise, dass die Jünger bilden eine Gruppe oder verschiedene andere Beispiele. Aber man sieht auch andere Beispiele, die quasi dann dem kleinen Gruppenkonzept, so wie wir es vielleicht verstehen, entgegenstehen. Denn wenn wir beispielsweise in die Offenbarung schauen, dann gibt es dort eine Gruppe, die offensichtlich sehr, sehr effizient und effektiv ist. Es gab schon immer Gruppen, die die Großes bewegt haben. Es gab schon immer Gruppen, die viel umsetzen konnten, ob sie nun kleine Gruppengrößen waren oder mittlere Gruppengrößen. Aber in der Offenbarung sehe ich beispielsweise die 144.000, die beschrieben sind als eine Gruppe, durch die Gott arbeiten kann, wie er es noch nie zuvor getan hat. Und wenn wir beispielsweise in Offenbarung 14, Vers 4 schauen, da heißt es dann, diese sind es, die ihrem Vorgesetzten folgen und dem, der über dem Vorgesetzten steht, auf das sie ein großes Werk tun. Steht das da? Nein, wenn ich da lese, dann heißt es, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Also bei dieser Gruppe scheint es zumindest so zu sein, dass sie sich nicht nach irgendwelchen menschlichen Vorgesetzten ausrichten und irgendwelche kleinen Gruppchen hätten, sondern jeder von ihnen ist zu 100 Prozent auf das Lamm fokussiert. Jeder von ihnen ist zu 100 Prozent auf Gott ausgerichtet und lässt sich von ihm leiten. Widerspricht das jetzt dem kleinen Gruppenkonzept? Nein. Aber was ich ihnen einfach nur sagen möchte ist, es gibt nicht nur das eine oder das andere und daran erkennen wir, es gibt nicht unbedingt das einzig Richtige und das alles andere ist falsch, sondern wir müssen immer den Blick haben für alles, was in der Schrift steht. Und deswegen sehe ich uns da manchmal ein kleines bisschen in der Gefahr, uns nur auf eine Form, auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren, zu fokussieren und den Rest so ein bisschen auszublenden. Aber es gibt natürlich Beispiele in der Schrift, die ja auch in dem Betrachtungsheft angegeben sind. Und ein sehr schönes Beispiel, denke ich, ist das Beispiel von Mose. In 2. Mose Kapitel 18 haben wir nämlich folgende Situation. Es geht bei ihm darum, dass er als Führer, als Leiter eines riesigen Volkes von Gott eingesetzt war. Er hatte eine große Sache zu tun, ein großes Werk zu vollbringen. Und die Situation war einfach so, dass es viel zu tun gab. Und er, Mose, war irgendwie der Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Situation. Es gab viele im Volk, also wir gehen jetzt einfach mal von mehreren Millionen Männern aus, plus Frauen und Kindern. Also ein riesiges Volk, größer als die meisten Städte wahrscheinlich, die wir in Deutschland zum Beispiel hier haben. Und eine solche große Stadt muss von einer einzelnen Person gerichtet werden, muss Entscheidung getroffen werden, muss Recht verschaffen werden, muss Gott um Rat gefragt werden und so weiter. Und das hat eine Zeit lang wahrscheinlich mehr schlecht als Recht irgendwie funktioniert. Aber der biblische Bericht gibt es so her, dass Mose halt überlastet war durch diese ganzen Sachen. Und Moses Schwiegervater, der Jidro, der sieht das und sagt, mein lieber Schwiegersohn, schau mal, so kann das nicht wirklich weitergehen. Ich denke, es ist nicht Gottes Wille, dass du so weitermachst, dass du daran zugrunde gehst. Und ich denke, er ist von Gott inspiriert worden und Gott hat ihm Weisheit gegeben, da ein bestimmtes System auszuarbeiten. Und was haben sie gemacht? Sie haben dann überlegt, wie kann man das Ganze strukturieren, wie kann man die Last, die allein auf Mose gelegen hatte, verteilen, auf mehrere Schultern. Und so heißt es dann, dass Aufseher gefunden wurden, Mose hat sie gesucht, die über tausend Leute, über kleinere Gruppen, über zehner Gruppen dann letzten Endes gesetzt wurden. Und auf diese Art und Weise wurde ein System eingerichtet, wo Mose nicht mehr mit jeder Kleinigkeit belastet werden musste, sodass die Last einfach verteilt war. Und diese Art von Gruppen, das heißt jetzt kleinere Gruppen, Zehner Gruppen oder Tausender Gruppen, waren halt eine Hilfe. Sie haben eine Not, die da war, einer Not abgeholfen. Das sehen wir aus dieser Situation. Dann haben wir andere Beispiele, zum Beispiel Apostelgeschichte 6, Vers 14, wo sich Leute quasi in einem Hauskreis der Lydia versammeln. Sprich, da gab es so eine Kleingruppe, die sich halt in Häusern getroffen hat. Oder in Apostelgeschichte 12, Vers 12 heißt es ebenso, dass eine Gruppe von Menschen zu einem, gewissermaßen zu einem Gebetskreis versammelt war. Ja, und dort konnte dann jemand dazukommen und er wusste, da versammeln sie sich. Sprich, es gibt natürlich viele, viele Beispiele von dieser Art von kleinen Gruppen, die irgendetwas zusammen tun. Ob sie nun Arbeitserleichterungen sind oder einfach Ausleben des Glaubenslebens. Was es auch immer ist, es sind Beispiele dafür, dass das offensichtlich gut funktioniert. Aber wenn wir jetzt einfach hingehen würden und sagen, okay, das hat bei denen so funktioniert und wir sollten das eins zu eins umsetzen, funktioniert das auf jeden Fall so? Oder gehen wir manchmal vielleicht sogar hin und sagen, okay, wenn wir uns organisieren wollten, dann sollten wir eine Organisationsstruktur aufstellen, zum Beispiel eine Gemeinde. Eine Gemeinde hat verschiedene Aufgaben. Also sollte es diese 50 Ämter geben und wir müssen sie dann irgendwie mit Leben füllen? Oder sollte man nicht vielleicht eher schauen, was ist denn überhaupt Not am Manne? Wo gibt es etwas, was durch Organisation halt behoben werden kann? So wie im Beispiel von Mose, wo es ja nicht darum ging, dass Jitro hingegangen sind. Oh, wir wissen nicht, was die Israeliten machen sollen. Okay, wir bauen jetzt einfach mal eine Struktur auf, wo tausend Leute sich zusammen versammeln oder zehn Leute sich zusammen versammeln und dann schauen wir mal, was sie hinterher tun. Nein, es geht immer von dem Zweck aus. Es geht immer von der Funktion aus, die eine Gruppe erfüllen soll. Und dann schaut man sich an, wie lässt sich diese Funktion am besten in eine Form gießen. Und es gibt ein schönes Sprichwort, was ich an der Stelle gar nicht so abwegig finde, das als Prinzip einfach mal so zu sagen. Denn es geht dabei darum, dass Form der Funktion zu folgen hat. Auf Englisch heißt es so schön Form follows Function. Also erst schaue ich mir an, wozu soll etwas da sein? Und dann erst im zweiten Schritt schaue ich mir an, okay, was ist es, was jetzt als Form, als Äußerlichkeit, als Organisationsstruktur dem am besten gerecht werden kann? Und ich denke, das kann uns wirklich sehr, sehr helfen, dann nicht einfach nur zu menschlich zu denken. Denn wir müssen immer erst mal erkennen, okay, was ist die Aufgabe, die Gott uns gibt? Und dann bitten wir ihn her, gib uns Weisheit, gib uns Mitarbeiter, gib uns Möglichkeiten, dass wir diesen Auftrag dann umsetzen können, wie es deinem Willen entspricht. Und das geht uns manchmal leider abhanden, denke ich. Wir vergessen manchmal so ein kleines bisschen, was der Zweck einer Unternehmung sein soll und machen uns sehr, sehr viele Gedanken um die Form. Oder wir klammern uns vielleicht sehr, sehr stark an das Äußerliche, an die Form, weil wir denken, so hat das zu sein. Und dann geht es auch ein kleines bisschen ab von dem, was sich dahinter eigentlich verbergen sollte. Ein weiterer Gedanke zu diesem Abschnitt, wo ich Gefahren sehe, wenn wir uns über Kleingruppen Gedanken machen, ist beispielsweise eine Aussage, die am Mittwoch zu finden war. Dort heißt es, nämlich es wurde gesprochen über die Urgemeinde, über Pfingsten, über dann, wie sie sich versammelt hatten und wie sie dann, wie es noch nie vorher da gewesen ist, einen Unterschied in der Welt gemacht haben. Und dort ist dann hier die Formulierung, dass Kleingruppen in dieser Zeit einen Unterschied gemacht haben. Kleingruppen haben einen Unterschied gemacht. Aber ich denke, es ist nur richtig und gut und wichtig, dass wir uns anschauen, was da letzten Endes das Entscheidende war. War es die Form? Waren es die äußeren Umstände, dass sie sich in Hauskreisen versammelt haben, die einen großen Unterschied gemacht haben? Oder war es nicht vielmehr, dass da einfach hingebungsvolle Menschen waren, die sich zu 100 Prozent Gott übergeben hatten, die nach Gottes Willen gerungen und gefläht haben, die erfüllt waren vom Heiligen Geist. Und ein williges Werkzeug, was sich mit dem Heiligen Geist erfüllen lässt, für den gibt es keine Grenzen in den Möglichkeiten, die Gott durch diese Menschen tun kann. Sprich, ich denke, in der Urgemeinde war es nicht die Form, auch wenn das sicherlich Unterstützen dazu war. Aber das Wichtige war, dass da bereitwillige Arbeiter waren, die sich ganz Gott hingegeben haben. Und dann hat es sich halt ergeben, in welcher Form sie sich organisieren und versammeln. Und dann hat es natürlich Früchte gezeigt, hat es Kraftwirkung nach außen gehabt, hat es einen Unterschied in dieser Welt gemacht. Und wir sehen uns ja dann an den einzelnen Menschen, die wirklich in die ganze Welt gegangen sind, die die ganze bekannte Welt erreicht hatten, schon zu der damaligen Zeit. Und ich denke, deswegen auch für uns heute sollte es einfach nicht so wichtig sein, primär auf die äußeren Organisationsstrukturen Wert zu legen, sondern erst die Hingabe, erst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann wird uns Gott jegliche Weisheit geben, wie das in unserer Situation am besten umzusetzen ist. Ich denke, wir sollten uns grundsätzlich bei dieser Sache einfach mehr nach Prinzipien richten. Was sind die Prinzipien, die da sind? Und wie begegnen wir diesen Prinzipien dann? Wie setzen wir es ganz konkret praktisch um? Und ich denke, ein Vers, den ich da sehr, sehr schön finde, ist Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Jesus ist in der Wüste, er wird versucht und er sagt da diesen einen sehr einprägsamen, sehr kraftvollen Satz. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und wenn wir das einfach als Prinzip annehmen und sagen, okay, es ist wichtig, dass wir uns aus Gottes Wort ernähren, dann müssen wir schauen, wie tun wir das am besten. Und Gott hat uns ja nicht als Einzelperson auf diesen Erdkreis gestellt, sondern er möchte, dass wir auch als Gemeinde zusammenleben, dass wir zu einer Einheit werden, dass wir zusammenwachsen, dass wir einander dienen, einander lieben, dass wir zusammen zum Segen für die Welt werden können. Also muss man sich dann einfach fragen, okay, hier haben wir das Prinzip, wir sollen aus dem Wort leben, jeden Tag. Und dann ist die Frage, wie setzen wir das um? Und da müssen wir vielleicht auch ein kleines bisschen drauf schauen. Ich erwähne es einfach nur mal am Rande, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich Voraussetzungen mitbringen oder von ihren Charakteren anders sind. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel erinnere ich mich, als ich noch in der Grundschule war, da haben wir teilweise auch als Freunde zusammen Hausaufgaben gemacht. und die Situation war folgendermaßen, dass, was weiß ich, ich habe mich dann manchmal mit einem Freund getroffen und er hat die Hausaufgaben gemacht, ich habe die Hausaufgaben gemacht, wir saßen einfach zusammen und es war eigentlich immer so, dass der andere, mehr schlecht als recht irgendwie, aber er hatte die Hausaufgaben in der Zeit, die wir uns dafür vorgenommen hatten, fertig. und ich war niemals fertig. Weil für mich ist, dass ich mehr Ruhe brauche, um etwas tiefer zu studieren. Ich habe gerne Gemeinschaft, ich bin gerne mit Leuten zusammen, aber ich habe zum Beispiel bei den Hausaufgaben gesehen, für mich persönlich, war es einfach nicht effektiv, zusammen mit jemandem anders die Hausaufgaben zu machen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und deswegen ist es nicht so glasklar, dass man sagt, man braucht eine Form, um das umzusetzen. Manchmal ist es wichtig, dass wir als Gruppe zusammen studieren, Gottes Wort lesen, um gemeinsam uns zu ergänzen und jeder bringt seinen eigenen Aspekt mit und es ergibt ein gesamtes, schönes Bild dann hinterher. Aber es braucht auch genauso Zeiten, wo wir einfach alleine sind und alleine mit Gott ringen, Dinge zu verstehen. Sprich, das Prinzip ist, wir müssen aus Gottes Wort leben, jeden Tag. Wir müssen uns davon ernähren, wir müssen darauf rumkauen, wir müssen es verarbeiten, bis es zu einem Teil von uns wird. Das ist dann das Prinzip. Aber in welcher Form mag uns Gott Weisheit geben, wie das in welcher Situation am besten umgesetzt werden kann. Oder ein anderes Prinzip, haben wir in 1. Mose Kapitel 2 der Vers 18. Da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ja, auch das würde ich einfach als grundlegendes Prinzip sehen, dass Gott ja Gemeinde gegründet hat, dass er die Jünger zu zweit immer ausgesendet hat und so weiter. Wir erkennen darin, dass es ein wichtiges Prinzip ist, dass wir nicht nur alleine, sondern mindestens auch als Gruppe irgendetwas tun. Dass wir eine Arbeitsgruppe bilden, dass wir bestimmte Dinge zusammen in Angriff nehmen. Oder dass wir, wenn wir Familien sind, dass wir vielleicht beispielsweise zum Sabbat anfangen, als Familien zusammenkommen und den Sabbat gemeinsam begehen. Dass wir als Familien überhaupt im Familienkreis zusammenkommen. Es ist nicht so entscheidend, in welcher Form das jetzt letzten Endes ist, sondern das Prinzip, dass wir nicht alleine dastehen sollten, nur Individualisten sind, beispielsweise, sondern dass wir als Gruppen von Gott auf diese Welt gestellt sind. Und ich denke, wenn wir dieses Prinzip wieder als wichtig erachten, dann wird uns Gott Weisheit geben, wie sich das ganz konkret umsetzen kann. Dann haben wir auch noch ein paar Hinweise im Buch Prediger. Denn dort heißt es beispielsweise in Prediger 4, Vers 10, denn wenn sie fallen, so hilft einer dem anderen auf. Oder in Vers 12 heißt es dann, und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Also es sind ganz konkrete Vorteile auch angesprochen, warum Gott uns nicht alleine auf diese Welt stellt, sondern warum wir zusammen viel besser aufgestellt sind. Und ich denke, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann wird uns Gott auch noch die restliche Weisheit geben. Markus 6, Vers 7, ich hatte es eben schon mal angesprochen, da heißt es, und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden. Man kann sich nämlich gegenseitig ermutigen, man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann gemeinsam Lasten tragen, man kann, wenn der eine entmutigt ist, den anderen aufbauen, wenn der eine zu vorschnell ist, kann man ihn zurückhalten. Es ist immer gut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und genau das hat Jesus dort auch in diesen Prinzipien gesagt. Aber nicht entscheidend ist, dass wir nur Dinge in kleinen Gruppen machen können. Es kommt nicht darauf an, wie viele Mitglieder in einer Kleingruppe dann wirklich sind. Und beispielsweise ist in der Lektion auch angesprochen gewesen, dass die Wissenschaft sagt da irgendwie, die ideale effektive Gruppenzusammensetzung besteht aus sechs bis zwölf Mitgliedern. Und ich denke, das muss ja nicht grundsätzlich verkehrt sein. Das hat man sicherlich erprobt und getestet, wie die Gruppendynamik ist unter den Leuten, wenn es weniger sind oder mehr sind. Aber wenn ich beispielsweise den Ruf verspüre, irgendwie eine Tätigkeit für Gott zu tun. Und wir sind jetzt, ich überspitze es jetzt einfach mal ein bisschen, wir sind fünf Leute und wollen es zusammen tun und sind überzeugt, dass wir es tun sollen und dann sagen wir, es wäre ideal, wenn wir noch einer mehr werden. Und dann warten wir noch so lange, bis wir anfangen, etwas zu tun, bis wir dann die sechs Leute zusammen haben. Verstehen wir? Es geht nicht um diese Sache. Wenn mir Gott etwas aufs Herz legt, dann will ich das tun, egal wie die Umstände dafür sind. Und wenn ich nur alleine bin. Oder wenn wir 13 Leute zusammen sind, ja gut, dann könnte man es wieder aufteilen. Aber ihr versteht den Gedanken. Es kommt nicht auf die Form an. Aber wir denken manchmal, wenn das in dieser Konstellation bei anderen so funktioniert hat, dann wollen wir es eins zu eins übernehmen, weil wir denken, dass wir dadurch die Sicherheit haben, dass etwas funktionieren wird. Aber die Sicherheit, dass etwas funktionieren wird, haben wir nur dann, wenn Gottes Geist uns individuell und als Gruppe leitet. Deswegen, das ist das Wichtigste dabei. Und alles andere kommt danach. Das sind also die Gefahren, sage ich mal, dass wir Dinge zu, aus meiner Sicht, zu menschlich manchmal sehen. Aber ich möchte definitiv nichts gegen die Überlegung, die man dazu macht, sagen. denn ich denke, es ist etwas sehr, sehr Schönes und Wichtiges und Gutes, wenn wir kleine Gruppen haben. Und deswegen möchte ich mit euch einfach mal ganz kurz zwei Beispiele, die mich in meinem Leben unheimlich bereichert haben, ansprechen, die man unter dem Namen Kleingruppe einordnen könnte. Denn beispielsweise, ich weiß noch, als ich getauft wurde, haben wir dann sehr, sehr intensiv auch Jugendarbeit gehabt in unserer Gemeinde dann. Und einer von uns hatte von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dass wir doch einen Gebetskreis, einen Jugendgebetskreis bräuchten. Es war ihm ein so starkes Anliegen, dass er das uns vorgetragen hat. Und manche waren eher so ein bisschen verhalten und manche waren begeistert und manche haben gesagt, okay, dann machen wir das halt. Weil sowas gab es zu der Zeit einfach noch nicht, einen Jugendgebetskreis. Und ich war noch frisch im Glauben, hatte noch nicht so viel Erfahrung und noch nicht so viel Ahnung. Und dann bin ich dort, ich war nicht skeptisch, aber ich wusste auch nicht so hundertprozentig, wie es werden wird. Deswegen leicht reserviert, aber trotzdem von Anfang an mit dabei gewesen. Und es war so ein Segen, wirklich so ein enormer Segen, dass wir uns jede Woche unter der Woche als Jugendgruppe nochmal extra nur für einen Gebetskreis versammelt haben. Und es war nicht nur einfach ein, naja, wir treffen uns und beten auch so ein bisschen, sondern es war uns wirklich ein intensives Anliegen, denn wir hatten das Prinzip verstanden, dass das ja auch in der Bibel immer wieder gesagt wird, wenn Gottes Volk betet, wenn sie zusammenkommen, wenn sie eins werden, worum sie auch bitten, habe ich ja vorhin schon einmal gesagt, so wird es ihnen zuteil werden. Und wir haben so viele Erfahrungen mit Gott machen können in dieser Zeit und es war echt gesegnet und es hat mich stark geprägt, gerade in dieser Phase, wo ich noch relativ jung war, wie gesagt, im Glauben. Aber wir haben auch nicht nur einfach, naja, gebetet und dann alles wieder in Vergessenheit geraten lassen, sondern uns war es wichtig, dass wir eine Beständigkeit da drin haben. Wir haben beispielsweise Buch geführt, ja, wir haben all den Dank, all die Anliegen, alles, was uns bewegt hat, worum wir gebetet haben, jede Woche aufgeschrieben. Und wir haben nicht eher das Gebetsanliegen ruhen lassen, bis wir nicht Antwort auf etwas bekommen hatten. Sprich, wir sind dann immer wieder durchgegangen und haben gesagt, wie hat sich das bei dir entwickelt? Ah, noch nicht? Okay, dann lass uns heute weiterbeten. Und wir haben wirklich das ernst genommen und wir sind dann manchmal erstaunt gewesen, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr oder so, sind wir dann mal durch dieses Buch durchgegangen und haben immer wieder gesehen, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott Dinge umgelenkt hat, wie Gott Dinge bewegt hat. Und es hat uns viel, viel enger zusammengeschweißt. Es hat eine besondere Gruppendynamik ergeben, dass wir aufrichtiges Interesse aneinander hatten, denn es ging ja nicht nur darum, dass wir irgendwie für die Mission in Afrika gebetet haben oder sonst irgendwas, auch dafür, aber auch für unser persönliches Leben mit Freude und Leid aus dem Alltag. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben wirklich gelernt, Interesse am anderen zu haben, wirkliche Gemeinschaft zu haben, aber Gemeinschaft halt mit Gott in unserer Mitte zu haben. Und ich denke, das war so wichtig, so wertvoll, dass ich es um nichts in der Welt missen würde. Die zweite Erfahrung, die ich mit Kleingruppen gemacht habe, ist auch zeitlich nicht allzu weit weg von dem, würde ich sagen. Schließt sich vielleicht ein kleines bisschen danach oder überlappend daran an. Denn ich wurde von einem Freund von mir, eingeladen, zu einem Bibelkreis zu kommen. Und genauso wie bei dem Gebetskreis hatte ich nicht so viele Erfahrungen dabei gehabt. Ich wusste nicht, was das mit dem Gebetskreis so genau ist. Ja, natürlich, ich war schon mal bei einer Gebetswoche und in der Gemeinde betet man und so weiter und so fort, aber was so intensive Gemeinschaft als reiner Gebetskreis über Jahre hinweg war, hatte ich bis dahin nicht erlebt. Und genauso hatte ich natürlich schon mal Bibelstudium erlebt, hatte ich schon mal Austausch über biblische Themen erlebt. Aber Bibelkreis, was war das jetzt genau? Was sollte ich mir darunter vorstellen? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Und dann war noch folgendes, dass in meinem Umfeld ein paar Leute waren, die gesagt haben, in diesem Bibelkreis, das gehen vielleicht eher so ein bisschen extremere Leute hin, also sei da vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig. Und ich habe mich davon nicht wirklich beeindrucken lassen, aber es hat auch nicht unbedingt gefördert, dass ich meinen Zeitplan extra freigeräumt habe, um da hingehen zu können. Aber derjenige, der mich eingeladen hat, hat mich locker gelassen und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er es nicht getan hat, sondern dass er beständig war. Er hat nicht jeden Tag damit genervt oder so, aber regelmäßig hat er gefragt, hey, wir haben diese Woche wieder das Treffen, magst nicht einfach mal vorbeikommen? Mich hat es bereichert, komm doch auch einfach mal vorbei. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt schaue ich es mir halt einfach mal an. Und ich bin dann noch mit jemandem anders, mit einer Freundin zusammen dort hingegangen und wir wussten ehrlich gesagt, beide nicht, worauf wir da uns wirklich konkret einlassen würden. Aber als wir dort hingegangen sind, hat es uns, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten in Worte fassen soll, aber es hat uns einfach umgehauen, im positiven Sinne, dass wir so intensives Bibelstudium noch nie zuvor erlebt hatten, so praxisrelevantes Bibelstudium war uns vorher in der Form einfach fremd gewesen, wo man nicht einfach nur über Dinge spricht, die man sowieso schon hundertmal durchgekaut hat, sondern Dinge, zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was die Themen waren, aber sicherlich mit Hinblick auf die Prophetie, auf das Zeitgeschehen, auf Aktuelles, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Und es hat uns so beeindruckt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, worum es da genau ging, aber ich weiß noch, wie wir zusammen dann aus der Gemeinde rausgegangen sind und wie elektrisiert waren, weil es uns einfach so bewegt hat, dass der Heilige Geist so massiv an uns gerüttelt hat und uns, ja, ansprechen konnte. Und wir haben auch draußen außerhalb der Gemeinde einfach noch zusammen gebetet, weil es uns so tief bewegt hatte. Und für mich war da klar, ab sofort werde ich jede Woche in diesem Bibelstudienkreis sein. Aus der anfänglichen, ich weiß nicht genau, was da vor sich geht und wie das Ganze abläuft und wie das sein wird, war vom ersten Augenblick an, okay, das wird integraler Bestandteil meines Lebens sein. Und es ist unglaublich, wie Gott mir durch diese beiden Erfahrungen Dinge mit auf den Weg gegeben hat, die mich bis heute prägen, die definitiv mit dazu beigetragen haben, diese beiden kleinen Gruppen geben, dass ich heute das mache, was ich tue, dass ich heute noch in der Gemeinde bin, dass ich nicht nur Gott nachfolge, sondern mein ganzes Leben in seinen Dienst stelle. Deswegen, solche Gruppen, wenn sie nicht einfach nur eine Form sind, sondern wo Gott wirklich aktiv wirken kann, dann ist es der größte Segen, der daraus entstehen kann. Für einen persönlich, aber natürlich nicht nur, dass wir gesegnet sind, sondern dass wir davon übersprudeln, dass wir es weitergeben, dass all das, was wir dort machen, als Vorbereitung dient, uns in den Dienst Gottes zu stellen. Und insofern, wenn wir Kleingruppen, wenn wir Gebetskreise, Hauskreise, Männergruppen, Frauentreffs, was es auch immer ist, wenn wir das unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es einfach eine Form ist, die dem gerecht wird, was wir als göttliche Prinzipien verstehen, was wir als Auftrag Gottes verstehen, dann ist das genau das, was Herrn Weid dort gesagt hatte, derjenige, der uns das aufgetragen hat, kann nicht irren, er weiß, dass das ein großer, großer Segen sein wird. Und insofern hoffe ich, dass wir uns wirklich intensiv über diese Thematik Gedanken machen, gerade halt auch im Hinblick auf die Zeit, in der wir im Moment gerade leben. Ich denke, wir müssen einfach festhalten, wir sollten nicht einfach irgendwelche Gruppen gründen und dann versuchen sie irgendwie mit Leben zu füllen, sondern es muss immer davon getrieben sein, dass wir es als Gottes Auftrag verstehen, dass er uns ganz persönlich sagt, was wir tun sollen und dann die göttliche Weisheit haben, wie das geschehen kann. Nämlich, wir hatten es gesehen an den Beispielen von Mose, dass es darum geht, es gibt eine Not, eine Sache, die erledigt sein muss und dann schaut man, was ist die beste Form dafür. Oder wir haben uns die anderen Dinge angeschaut, wo wir nach Prinzipien schauen, dass wir nicht alleine sein sollen, dass wir in Gemeinschaft zusammenkommen sollen, dass wir gemeinsam vor Gott treten, als Gemeinde, als Gruppen, als Familien, dass wir diese Prinzipien erkennen und dann schauen, was ist unsere Situation, haben wir viele Leute, haben wir wenige Leute, habe ich Unterstützung, wie können wir es konkret machen, wie können wir es in Angriff nehmen. Aber dann, wenn das Äußerliche nicht so scheint, wie es vielleicht idealerweise wäre, dass wir trotzdem uns einfach von diesem Prinzip hin leiten lassen und nicht stehen bleiben, sondern vorangehen und dann wird Gott Türen öffnen, er wird Leute hinzuführen und wir sind ja auch eingeladen, um Leute zu beten, dass das große Werk, was uns aufgetragen ist, dass wir es so umsetzen können mit der Manpower, mit der Kraft des Heiligen Geistes, sodass wir in dem Sinne dann Erfolg haben können. Wie ist es jetzt aber in unserer Zeit heute, wo wir uns ganz besonders um Form und äußerliche Organisationsstrukturen Gedanken machen müssen? Denn ich denke, derjenige, der dieses Studienheft vorbereitet hat, hat es ja noch getan in einer Zeit, wo die Welt noch eine andere war, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Damals war wahrscheinlich der Gedanke einfach, okay, kleine Gruppen sind eine gute Möglichkeit, eine spannende Möglichkeit, sich zu engagieren. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das ja sagen, was für ein großer Segen es sein kann, Hauskreise, Gebetskreise, Bibelstudienkreise zu haben. Aber wir leben in einer Zeit, wo von außen her es nicht mehr erlaubt ist, vielleicht sich sogar zu versammeln. Sprich, diese Leichtmütigkeit, diese Unbeschwertheit, die wir vielleicht damals beispielsweise beim Gebetskreis gemacht hatten oder hatten, dass die heutzutage einfach nicht mehr gegeben ist. Damals hat sich niemand von uns gefragt, dürfen wir zusammenkommen, sind wir vielleicht zu viele beim Gebetskreis, dürfen wir dann nicht mal als Gruppe uns versammeln und gemeinsam beten. Aber in der heutigen Zeit sind teilweise Gemeinden geschlossen. Es ist verboten, es gibt Höchstgrenzen für Gruppen, um sich zu versammeln. Man darf vielleicht nicht mal mehr sich als zwei Familien zu Zeiten war das so, zusammentreffen. Wirft das nicht unser Konzept, was wir manchmal vielleicht so im Kopf haben, sehr, sehr stark über den Haufen? Ist es nicht notwendig, vielleicht gerade in dieser Zeit doppelt zu hinterfragen, ob die Formen, ob die Äußerlichkeiten, ob die Strukturen, an die wir uns so stark gewöhnt haben, die uns auch eine gewisse Sicherheit geben und die ja sich bewährt haben, ob sie vielleicht notwendig sind, überdacht zu werden? Wie gehen wir damit um, dass von außen ja uns Richtlinien auferlegt sind, die sehr wohl in die Arbeit, in die Gemeindearbeit hineinreichen? Wie gehen wir damit um? Ich kenne die Zukunft nicht, wir kennen die Zukunft nicht in dem Detail, dass wir genau wissen, wie alles vor sich geht, aber wir wissen aus der Prophetie, dass es nicht leichter wird am Ende der Zeit, dass der Druck von außen immer größer werden wird. Wie setzen wir den Auftrag um, wenn es nicht erlaubt ist, uns zu versammeln? Und ich denke, wir leben in einer Zeit, die uns geradezu aufrüttelt, die uns hilft, darüber nachzudenken, wie können wir uns organisieren, wie können wir Dinge umsetzen, wie können wir uns engagieren, wie können wir das Reich Gottes vorwärts bringen, unabhängig davon, wie die Vorgaben sind, die auf uns hereinkommen. Ich denke, wir sollten ganz, ganz intensiv nach Gottes Willen fragen. Wir brauchen göttliche Weisheit wie nie zuvor. Wir sollen uns nicht auflehnen gegen irgendetwas. Und da, wo wir mitgehen können, sollten wir mitgehen. Aber jeder muss für sich klären, wo kann ich mitgehen und wo kann ich nicht mehr mitgehen. Jeder ist aufgerufen, darüber nachzudenken, mit Gott zu ringen, nach Weisheit zu fragen, dass wir all die Prinzipien, die Gott uns mitgibt, umsetzen können, ohne unnötigerweise Anstoß zu geben. Jeder von uns ist gefragt, das zu hinterfragen, das für sich zu klären, für seine Familie zu klären, für seine Gemeinde zu klären. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns in Freiheit einfach als Gemeinden und als Hauskreise und sonst irgendwie was zu versammeln, dann können wir das natürlich tun und als eine spannende und schöne und gesegnete Möglichkeit umsetzen. Aber wenn das nicht mehr möglich sein sollte, dann können wir nicht auf Dauer dastehen und sagen, uns sind die Hände gebunden, wir können den Auftrag Gottes nicht mehr ausführen. Wir müssen mit Gott ringen, zu schauen und Mittel und Wege finden, wie wir dem Auftrag gerecht werden, wie wir Licht sein können, wenn um uns herum Finsternis ist. Gott beruft uns am Ende der Zeit einen Unterschied zu machen, nicht unbedingt durch die Form, durch die Äußerlichkeiten, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass das Wichtigste ist, dass ich Gott geweiht bin, dass ich mich ganz in den Dienst Gottes stelle, dass mein Herz erfüllt ist vom Heiligen Geist, dass ich wirklich jeden Tag aktiv nach Gottes Willen frage, Herr, was soll ich heute tun? Welche Begegnung schenkst du mir heute? Wie kann ich das Werk Gottes fördern? Und das können wir jeden Tag fragen, Herr, was kann ich heute tun, um dein Reich weiter auszubauen? Fang in meinem Herzen an, aber du stellst mich ja nicht einfach dahin, dass ich mit dir einfach nur eine schöne Beziehung habe, sondern ich bin mehr Arbeiter in den Weinberg, aber egal, ob es noch weitere Arbeiter gibt oder nicht, Herr, was kann ich heute tun? Führ du mich Schritt für Schritt, lass meinen Blick zu 100% auf das Lamm gerichtet sein, lass mich ihm nachfolgen, lass mich alleine mich nach ihm ausrichten und wenn das als Grundlage gegeben ist, dann wird sich all das andere zeigen, in welchen Gruppen und Gruppen Größen und was wir alles zusammen tun können, das ist das zweitrangige, ja, wir dürfen uns darüber Gedanken machen, aber ich glaube, dass immer mehr die Zeit kommt, wo wir uns primär auf das Fundament konzentrieren müssen und alles andere wird Gott uns dann zeigen und uns wirklich führen, wie es dann ganz konkret umgesetzt werden kann. Und so wünsche ich mir für dich und für mich, für das, was wichtig ist, als wichtig hochhalten und das, was als nicht so wichtig oder sekundär ist, als nicht so wichtig betrachten. Lasst es uns mit Gottes Augen betrachten, nicht durch menschliche Vorstellung, sondern lasst uns den Fokus auf das Wichtige legen, nämlich den Zweck, den Dienst und die Form wird sich dann von Gott zeigen lassen. Gott segne euch. Amen. Amen.